Diese Beta-Version von iOS 8.0 enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Weitere Informationen finden Sie unter folgender Adresse. Ja, gut, da sind wir mal gespannt und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Jens von Nerdy Talk mit einer neuen Ausgabe von Nerdy Tech und wie ihr sehen könnt, der Installation der dritten Beta, die noch etwa 42 Sekunden dauern soll, jetzt nur noch 17, 14, umso besser. Warum gibt's heute mein iPad nicht zu sehen? Weil diese Softwareaktualisierung satte 3,5 GB freien Speicherplatz verlangt. Ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht im geringsten nachvollziehen, aber leider ist dieser Speicherplatz auf meinem iPad nicht mehr freigebbar und wenn ich in iTunes unter anderem gucke, dann habe ich scheinbar irgendwo knapp 12 GB Systemdaten. Weiß der Henker, was da passiert ist, müsste man vielleicht mal irgendwann ein Clean-Reboot machen. Wie das Ganze aber aussieht, was wirklich alles so neu ist in dieser Beta 3, außer den Fehlerbehebungen, es gibt noch so ein paar kleine optische Änderungen, das zeige ich euch, wenn die Installation abgeschlossen ist. Bis gleich! So, da haben wir es also geschafft, iOS 8.0, die Software ist auf dem neuesten Stand, und dass es sich dabei auch wirklich um die Beta 3 handelt, das macht sich hauptsächlich in den Einstellungen bemerkbar, denn hier sehen wir jetzt zum Beispiel den neuen Punkt Übergabe aktivieren, können wir an- und ausschalten, das ist also die bisher immer im Englischen als Hands-off bekannte Funktion, nahtlose Benutzung ihrer Apps von einem iCloud-Gerät zum anderen. Vorführen in dem Sinne kann ich es euch leider immer noch nicht so richtig, weil, wie gesagt, mein iPad werde ich nachher zurücksetzen auf iOS 7, da habe ich jetzt die Schnauze voll, und Yosemite habe ich leider noch nicht als Beta erhalten, da startet ja irgendwann jetzt demnächst hoffentlich diesen Sommer die Open Beta für jedermann, und, ähm, tja, da werde ich auf jeden Fall für euch auch nochmal reingucken. Ansonsten haben wir hier an der Tastatur eine neue Funktion, und zwar können wir hier QuickType an- und ausmachen, QuickType eine der Funktionen, die ja in der Beta 2 beim iPad auch dazugekommen ist, ehrlich gesagt habe ich sie da nie wirklich benutzt, das ist auf jeden Fall dieses Predictive Typing, was ihr schon in den vorherigen Videos gesehen habt, und was man auch von Android schon ewig und drei Tage kennt. Hier in der Wetter-App soll sich im Detail etwas geändert haben, im Vergleich zu den ersten beiden Betas, was das jetzt genau sein soll, ob vielleicht hier die kleinen Icons wieder ein bisschen anders aussehen, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall kann ich euch schon mal so viel verraten, es scheint endlich mal ein paar ordentliche Bugfixes gegeben zu haben, denn das System ist wesentlich schneller. So, unter iCloud-Einstellungen finden wir ab jetzt iCloud Drive, das konnte ich natürlich gerade nicht zeigen, aber das wird auch schon beim Einrichten eines iOS 8 Gerätes gefragt, ob ihr das nutzen wollt oder ob ihr weiter hier unten, okay, jetzt haben sie es natürlich hier gelöscht, iCloud-Dokumente und Daten nutzen wollt, ne, nein, ich habe mich jetzt hier für iCloud Drive entschieden, Apps erlauben Dokumente und Daten in iCloud zu speichern, per E-Mail finden und so weiter, ihr könnt auswählen, ob ihr die mobilen Daten dazu verwenden wollt, wenn keine WLAN-Verbindung vorhanden ist und die erste App, die da darauf zugreifen möchte, wahrscheinlich wieder für Chat-Verläufe, sprich als, ja, Chat-Backups, ist natürlich WhatsApp, macht nichts, kann er aber gerne machen und eine letzte Kleinigkeit, was, ihr Computer wird neu gestartet? Nein, später! Und wenn wir jetzt hier bei Fotos die iCloud-Foto-Mediathek starten würden, ich habe das ehrlich gesagt ausgelassen, weil ganz ehrlich, es sorgt nur für Chaos in der Beta, vielleicht probiere ich es später in der Vollversion nochmal neu aus, wer es noch nicht kennt, hier könnt ihr eure gesamte Mediathek automatisch in die iCloud laden, Fotos und Videos werden dort gespeichert und sind von allen ihren Geräten zugänglich, auch Videos, das war schon mal die eine Sache, die sowieso neu kommt jetzt in iOS 8, klingt ja alles schon mal ganz cool, aber ist mir ehrlich gesagt viel zu viel, nimmt viel zu schnell zu viel Platz weg, den ich lieber für andere Sachen benutzen möchte, Familienfreigabe einrichten, auch das ein Feature, das ich so schon vorgestellt hatte, in Health hat sich auch noch ein bisschen was geändert, da bleibt es allerdings dabei, habe ich noch nicht so wirklich viel mit zu tun gehabt bis jetzt, hier kennt ihr das Dashboard, Day, Week, Month, Year, Übersicht ist aktuell noch leer, naja, ich habe keine Daten oder irgendwelche Hardware, die ich damit verwenden könnte, von daher hat sich da für mich noch keine Chance ergeben, euch da mehr zu zu sagen, das soll es deswegen auch erstmal schon wieder gewesen sein, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat das Video gefallen, ist ja diesmal leider nicht so viel passiert, aber die Bugfixes sind mir momentan auch 10 mal wichtiger, als irgendwelche optischen Änderungen, geschweige denn neue Features, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach den Daumen nach oben, bleibt auf jeden Fall dran hier für die nächsten Beta-Reviews, oder klickt Last Episode für ein ausführliches Review, nicht zur Beta 2, sondern zur Beta 1, da sieht man ja die meisten wirklich neuen Features, die ich da mal so im Detail angegangen bin, oder klickt Next Episode für ein weiteres Video aus unserer Nerdy-Tech-Reihe hier, und wenn euch das gesamte Konzept hier, das Projekt gefällt, dann könnt ihr auch einfach auf Subscribe drücken, und natürlich kostenlos unseren Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, ich würde mich freuen, wenn ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt, alles ab damit unten in die Comments, und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, danke fürs Zuschauen, tschüss, euer Jens von Nerdy Talk. Jens von Nerdy Talk